Musik Mit der Uraufführung von Franz Lehars »Die lustige Witwe« am 30. Dezember 1905 im Theater an der Wien erlebte die Ära der silbernen Operette ihren Glanz und Höhepunkt und bescherte dem Genre hierdurch in der Folgezeit eine unvergleichliche Blüte. Das Libretto zu Lehars Erfolgsstück kreierten die beiden Librettisten Victor Leon und Leo Stein nach einer französischen Vorlage, in der sich noch Diplomaten eines deutschen Kleinstaates um das Vermögen einer durch Erbschaft reich gewordenen Witwe bemühten. Leon und Stein übertrugen diese Handlung für Lehars nun auf in Paris weilende Diplomaten des zur damaligen Zeit als rückständig geltenden Balkanstaates Montenegro. Musik Mit Erlass der Wiener Zensurbehörden vom 20. Dezember 1905 wurde einer Aufführung von Lehars »Neuer Operette« allerdings nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die Bezeichnungen »Montenegro« und »Montenegrinisch« durch andere unverfängliche Ausdrücke ersetzt würden. Aus Montenegro wurde so der fiktive Operettenstaat »Pontevedro«. Diese Maßnahme verhinderte jedoch nicht, dass aufmerksame Zeitgenossen in dem Stück dennoch eine pointierte Verballhornung der eigenen österreichischen Verhältnisse erkannten. Die Handlung von Lehars lustiger Witwe ist indes schnell erzählt. Um die Klammenkassen des in finanzielle Schieflage geratenen Staates »Pontevedro« zu sanieren, veranstaltet der pontevedrinische Gesandte Baron Ceta in Paris ein rauschendes Fest. Mit dem Hintergedanken, auf diesem Weg die letzten finanziellen Privatreserven für das Vaterland zu retten. Denn der drohende Staatsbankrott scheint nur noch durch eine Heirat der millionenschweren pontevedrinischen Witwe Hanna Glavary mit einem Landsmann abwendbar. Als geeigneter Heiratskandidat soll der lebenslustige Graf Danilo Danilovic herhalten. Jedoch erst nach zahlreichen Wirrungen und abenteuerlichen Missverständnissen findet das Paar schließlich zueinander. »Jene Drog der Hände deutlich wisest wie«, »Wir sagt ganz, 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 du hast mich lieb.« In Josef E. Köppingers Neuinszenierung für das Gärtnerplatztheater ist die Handlung des Stückes vom Jahr seiner Uraufführung 1905 in das Jahr 1914 verlegt, also in das Jahr des Attentats von Sarajevo, das den Auslöser für den Ersten Weltkrieg liefert. Die vordergründige Liebeshandlung des Stückes wird hierdurch als Folie eines »Tanzes auf dem Vulkan« erkennbar, der zu Lehars Zeit die Gemüter der Menschen in ganz Europa erhitzte und dem Köppingers Inszenierung durch eine feinfühlige Ausdeutung der psychologischen Abgründe seiner Bühnenfiguren nachzuspüren versucht. Augenfällig wird dies etwa in der neu hinzugekommenen Figur des Todes, der als unsichtbarer Strippenzieher im Hintergrund der Geschehnisse alle Fäden in der Hand hält, auf der Bühne eindrucksvoll dargestellt von Tänzer und Stückchoreograf Adam Cooper. Es gibt in der Operette sehr viel, was mit Vergänglichkeit zu tun hat. Nicht nur im Krieg, aber meistens mit Krieg. Der häusliche Krieg wird auch auf die Schippe genommen. Fledermaus, wer würde denn lachen über so einen Inhalt, der selbst betroffen wäre? Entschuldigung. Eisenstein betrügt seine Frau permanent mit Ballettmädeln. Sie selbst empfängt den wahrscheinlich aus Deplitzschöna oder Baden-Berwin stammenden Ex-Kollegen Alfred. Lug und Trug und Betrug, das ist den Menschen genauso nah und vertraut im Allgemeinen wie Liebe, wie Vernunft. Der Mensch ist halt bunt, die Welt ist bunt und die Operette ist das ganze erträglich machende Sammelsurium. Und da gehört der Krieg genauso dazu. Mit seinen unerschöpflichen melodischen Einfällen und bezaubernden orchestralen Farben, die von der eleganten Pariser Klangwelt des ersten Akts über die folkloristischen Melodien des zweiten bis hin zur erotisch frivol aufgeladenen Atmosphäre der Pariser Nachtlokale im dritten Akt reichen, traf Lehar genau den Nerv seiner Zeit und schuf damit zudem eine neue Untergattung, die Tanzoperette, in der Lied, Romanze und Chanson stimmig miteinander verbunden sind. Ich habe primär, was ich immer tue, versucht eine Geschichte konsequent mit meinen Darstellern zu erzählen, die für mich Sinn macht, die alles aus der Musik genommen, denn letztendlich ist jede Operette, vor allem diese österreichischen Operetten, ist wie eine kleine Reise von der Kapuzinergruft über den Wurstelbrater bis in das Donaudelter. Und ja, es zeigt auch eine Gesellschaft, die im Umbruch ist. Das ist die Zeit gewesen. Wir sind jetzt nicht, glaube ich, in einem großen Umbruch. Die Welt ist viel zu schnelllebig geworden, viel zu verrückt, dass man diese ganzen Umbrüche noch mitkriegt. Aber ich glaube, wir sind in einem gefährlichen Stadion angekommen, wo Demokratie nicht mehr selbstverständlich genommen wird. Theater ist und bleibt immer Unterhaltung. Jeder Shakespeare, jedes Schauspiel ist Volkstheater. Wir sind ein Volksopernhaus und bei uns wird die Operette genauso ernst genommen, wie die große Oper, der Tanz, das Musical, das Singspiel. Und die Witwe ist für mich ein Stück, das ich mit großem, großem Respekt angegangen bin, weil es so gewaltig ist, weil es mich immer sehr bewegt hat. Wenn es richtig gespielt wird, das ist die Voraussetzung. Ja, das schlugt nun, wenn wir doch alles stehen, wir tun zwölf, der Vertreue Welt auch her, niemals wird noch ein Seelen-Unteil, wenn wir zwölf, weil, 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 weil. Wir gehen! Ja, ja. Okay! Musik Untertitelung des ZDF, 2020